Ja, 9. November. Also ich war zu Hause und es war natürlich eine politisch hochinteressante Zeit, klar. Keiner wusste, wo es hingeht. Und ich werde nie vergessen, ich guckte diese Pressekonferenz natürlich, man verfolgte ja dort komplett das Fernsehen und den Schabowski werde ich nie vergessen, wie der dort die Frage kriegte von einem Journalisten und da hilflos auf sich. Und dort dann, man merkte, dass er also diese Antwort gar nicht, ja, also dass der dort dann irgendwas von sich gab, ja, mit diesem ominösen Satz, ja, ab wann, ja, ab sofort. So, und ich weiß nicht, also ob dem bewusst war, was der damals gesagt hat, ob der das bewusst gemacht hat oder ob der das einfach in seiner, in so einer Lässigkeit, da einfach mal dachte, er haut etwas raus, das ist, also, ich weiß nicht, ob das bekannt ist mittlerweile, aber mir war klar, als dieser Satz fiel, na ja, nach meiner Kenntnis ist das sofort. Und da dachte ich, was sagt der? Ja, das ist das, was ich noch, ja, ja, das war irre. Wobei man natürlich also dann auch nicht wusste, was das für könnte, also, das konnte man auch gar nicht verarbeiten, weil, also, neue Reiseregelungen und damals war also für mich jetzt, auch die Einheit überhaupt noch kein Thema, sondern, ne, so, ich dachte nur, aha, neue Reiseregelungen, wow, da können wir also dann irgendwann auch mal im Westen fahren, ne. Also, das war ja, was ich noch mal im Westen fahren, wenn ich dazu habe,